spielen wir mal schönen guten abend hey aufnahme unglaublich halbes jahr mit der frequenz wird das let's play nicht enden weil es nicht endet das team wir fangen einfach noch mal neu an schönen guten tag schönen morgen hallo und gleich eine bonustruhe ist nicht schön gleich zeug für uns die accuracy war auch schon mal besser man ja und was habt ihr so das letzte halbjahr gemacht ich nicht viel naja eigentlich schon sehr viel aber komisch spielt wollte die ganze sache schon let's fail name let's play myself und wachen mein gott spiel mama ist ja jetzt auch in der deutschen sprache bleiben sie ganz wichtig zur abgrenzung gegen die wandern jetzt kann ja ganz viel aber mein gott da könnte man was erzählen erzähler erzähler aber nein wenn nur wieder klötzchen geworden nein schönen guten abend hallo halbe der absehens mal wieder ein völkchen vielleicht auch demnächst mal wieder ein paar mehr völkchen und ja es hat sich naja hat sich was geändert hier haben meine tochter ist jetzt anderthalb also in ein paar tagen immer größer immer weiter immer schneller wie ihr gemerkt habt bleibt wenig zeit übrig um noch blödsinn zu machen live streams cast bla da hinten brennt der wald ist ja schön so aber dass sich ja nicht so viel geändert hat dachte ich mal ich spiele noch mal eine runde und ich muss es gestehen ich bin ja anhänger mein anhänger ist zu viel gesagt auf jeden fall habe ich auch gesehen minecraft war und ich habe gar nicht kontrolliert ob das jetzt überhaupt aufgenommen wird sich das jetzt kontrollieren und dann am ende zusammen schneiden wir machen das einfach mal und dann ärgere ich mich dass ich hier wieder für mich selbst geredet habe oder so scheint mir sinnvoller so gucken wir mal rum also wir verhungern ja auch bald vor allem wenn ich hier immer so rum renne also rennen wir mal nicht sondern gehen nur hier brennt der wald ab die labe hat also die bäume entzündet ist ja nett jetzt brennt da so schön vor sich hin noch ein scharf das heißt wir haben bett wir haben wir haben wolle rennen wollte ich doch nicht so viel man gibt es hier tolle neue dinge mann 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 schon lange kein minecraft gespielt ja nein also was wollte ich sagen ich wollte eigentlich sagen ich habe ja hier sowieso entdeckt für mich dieses waro zeug da was gerade läuft sich alle gegenseitig köpfe einschlagen und dabei fiel mir so auf ich müsste mal wieder minecraft spielen und ja minecraft halt ne also somit gegenseitig sich umbringen und so weiter habe ich jetzt nicht so weil mir fehlen dazu art verwandte minecraft spieler um sich gegenseitig auch auf die mütze zu hauen kinderkennen und mich lädt ja auch keiner ein mit meinen 20 abonnenten also vor allem die datei wie abstinenz könnte könnte geholfen haben da der tatsache beizupflichten dass ich eher nicht eingeladen werde jetzt holen wir uns auch noch einen fallschaden mit mann so das ist eine höhle so mann wir haben fast ein level voll haben schon wieder hunger wie ein wolf und haben noch mehr schafe sieben mal wolle ja take in inventory achievement dieses ganze diese ganze achievement kacke verstehe ich irgendwie immer noch nicht da geht es so rein aber nicht durch ja und so ich habe auch mal mein steam gewechselt steam ist ja jetzt inzwischen kein theme mehr sondern das ist ja ein resource pack ja ich weiß gar nicht warum es das geworden ist wahrscheinlich kann es dann etwas mehr zeug mit so ne so zeug so also man kann wahrscheinlich auch modifikation für minecraft an sich also da irgendwie mit reinkippen ich habe mir jetzt noch nicht richtig und überhaupt nicht angeguckt habt bloß gemerkt muss in anderen ordner kopieren ja ja aber da da mir der comicstil von dem anderen so tierisch auf dem senkel ging jetzt und vor allem habe ich gemerkt die wollen irgendwie auch geld dafür ist noch nicht so ganz durchblickt unter welchen umständen und wie sie dann geld haben wollen ähm naja nächste biome das ist doch hier ein schönes tal ja tja und so kam ich zu der erkenntnis oder dachte mir so bei mir selbst man nimmst du mal ein anderes oh ne mini tanne ach das ist ja putzig jetzt wachsen die auch aha 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 hier haben wir auf jeden fall sand hier haben wir wasser man was wir hier nicht alles haben oh sugarcane sugarcane ist wichtig habe ich ja gelernt in varro verzauberte bücher hölle und so weiter mein gott wird wir jetzt alles also vor allem wie schnell die jungs da ne sind nur jungs wie schnell die jungs da so dinge geschaffen haben also geschafft haben einfach also mein gott dafür habe ich ein ganzes let's play gebraucht um an die punkte zu kommen deswegen dachte ich mir probieren wir die ganze sache mal ein bisschen in schneller weil man kann ja minecraft man muss ja nicht ewig und drei tage berg umbauen man kann das ja auch ein bisschen schneller alles machen und kür und nix zu essen habe ich habe ich habe mal apfel und ich habe brote mal gleich mal zwei äpfel hier so irgendwann wird es ja auch nacht das nächste biome dann gehen wir mal da so weiter lang an der biome grenze jedenfalls da das ja alles auch ein bisschen schneller gehen kann wie ich jetzt gelernt habe oder gesehen habe hey da ist clay da könnte ich clay backen aber dafür bräuchte ich erstmal kohle habe immerhin vier fackeln und mein erstes häuschen auszuleuchten habe auch schon genug holz und auch wolle um mir im bett zu kraften mal eben schnell ja apropos mal eben oh das ist toll ah ja wölfe ja und mit den pferden überall oh mein gott ist das nicht schön wie sehr haben wir uns mehr tiere gewünscht und jetzt gibt es ja endlich mal ein tier mehr und das ist doch toll hunde ich könnte noch mal mehr über waro erzählen oder das muss ich eigentlich auch nicht weil es ja schon hey ich könnte ja auch mal genau das könnte ich mal machen das wäre doch sinnvoll weil ich möchte mir ein hui ich möchte mir ein hui war ein grieber nein das war nur ein backender baum ähm ein ein startpunkt quasi generieren von dem aus wir dann schnell weiterziehen können also so quasi kleine hütten gar nicht so viel ums gebaue weil gebaut habe ich eh nicht so wirklich viel ich habe immer lange also ich habe lange irgendwas aus hier äh ausgehöhlt und weiß nicht was da habe ich immer viel zeit drauf verschwendet aber eigentlich ähm so richtig weit bei rum hier kommen ist ja nicht na gut ich habe dann ähm mir auch die hui bleibst du hier ich könnte mir ein holzschwert oder ein steinschwert machen wäre irgendwie sinnvoller ne so was zu essen ein paar München Federn so ne ich dachte mir wir wir machen die sache mal ein bisschen dynamischer und machen die welt so richtig groß indem wir in die welt ziehen oh scheiße die sonne ist gleich weg so das heißt wiederum dass ich jetzt ganz schnell mal äh 1 2 3 ja hab ich ja auch gelernt jetzt ist nicht schön auch so ein paar GUI Improvements sind drin inzwischen ist das nicht toll äh ne das hilft mir alles nicht aber das hilft mir weil damit kann ich mir ein Bett bauen genau da habe ich schon ein Bett so und dann brauche ich noch eine Schippe ähm das hilft mir dabei noch nicht so das hilft ah genau das hilft ansatzweise so da klickt's und klickt's hintergrund mhm 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 ach ne der äh dort zwölf so äh ich hatte doch mal Fackeln genau zack 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 so sowieso weil die Weile dann machen wir das hier mal ganz äh auf die schnelle quasi äh so na siehste jetzt schon wieder äh zack hätte man vorher dort sammeln sollen muss ich das jetzt bei halb dunkel machen aber so schnell sollten ja auch keine Monster jetzt auftauchen Monster die Lines ähm wodurch die Sache jetzt doch irgendwie funktionieren könnte so wie ich mir das gedacht habe so 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 wie viel wie viel chicken gibt's auch überall so ist zwar keine schöne Behausung aber es ist ne Behausung äh 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 ist ja okay ist ja okay ich haue euch alle kein Problem so stirbt du auch noch äh kann man ändern müssen äh äh ich höre euch schon sehen tue ich euch noch nicht aber ich habe euch schon gehört ach da dann gehen wir jetzt erstmal hier hin machen das so ja bleib du ruhig in meinem Haus drin ist schon okay hui Hilfe ich haue dich gleich mit deinem Brot nein okay ähm ja I'm Schuber I want to quit dann nennen wir das die erste Folge und dann starten wir gleich in einer neuen Welt äh viel Spaß beim gucken also ich hoffe ihr den hattet ihr und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bis dahin bye bye bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Bis zum nächsten Mal.